Multiplayer 3 Also das 3, 2, 1 lassen wir schon drinnen Ja, 3 Lass doch mal von 9 machen Okay, also geh auf Multiplayer 3 2 1 Drauf Sofort sneaken Ja, auch wenn mir läuft Ich bugge Läuft denn eine Aufnahme? Ich, soll ich kurz gucken? Ja, man kann nicht laufen Soll ich kurz gucken? Guck kurz Ja, sie läuft Meine auch Ja, sie läuft Perfekt Ich hab sieben Eisen Und Und Nice Ja, Leute, willkommen zur zweiten Folge Oh mein Gott Video ist einfach anwendig Ich hab immer noch keine Sounds an Ja, mach F3 und S, dann Reset Wobei, nein, stimmt Boah, ich mach das einfach kurz Aber wenn wir mit Minecraft abstürzen, mach ich dann Nein, okay, lass lieber Ja, ne, wenn ein Creeper hinter... Ich mach das einfach Abgeschirrt, Spaß Okay, hab ich jetzt Sounds? Ich mach die extra bisschen lauter Ich hab 10 Eisen, Paul Okay, gut Das ist sehr gut Soll ich mir was craften? Ja, mach Natürlich crafte ich dir was Man kann jetzt wieder die Items splitten, Luca Nein, kann man immer noch nicht Das ist richtig nervig, ich weiß Okay, warte mal, dann geh ich mal da rüber Und hol mir das andere Eisen Hey, wir sind schon voll Dings Tief eigentlich Ach, Alter, man kann die Items immer noch nicht splitten Wir müssen uns verarschen Okay, es werden richtig viele gekickt Das ist richtig gut Ja, sehr gut Es werden eigentlich richtig viele gekickt Es wurden fast alle gekickt Guck dir das an, nice Leute, übrigens Falls ihr die erste Folge gerade gesehen habt Tut mir leid, dass ihr da ein bisschen übersteuert habt Ich war halt mega aufgeregt Hab geschrien wie so ein kleines behindertes Kind Das kann man nicht ändern leider Ja, würde ich auch Okay, ich glaube, jetzt können wir alles so ein bisschen stiltern Ich rumge jetzt richtig tief, da geht's auf die Höhe, Paul Warte doch nicht, Luca, warte mal auf, wenn ich hier mal jetzt Ich bin nicht runter Aber wenn uns den Gegner sehen sollt ich jetzt nicht mehr zum Arsch Warte mal, ich glaube, ich crafte mir einen Lava Eimer Weil jetzt am Anfang würde es so ultra viel bringen Hier ist so viel Eisen, was? Ich mache mir jetzt mal einen Lava Eimer Okay, ich habe jetzt einen Okay, gut, warte mal Paul, ich könnte mir Alter, ich habe so viel Eisen Hä, was ist denn das? Luca, 1 sneak mal Okay, gut, ich dachte gerade Ja, okay, Luca, ich habe eine Idee, wie wir es machen Ich droppe jetzt einfach 16 Eisen dahin So, tue ich die Star rein Und tue die A rein Hier ist Gold Hier ist Gold, Paul Hast du noch ein bisschen Kohle? Nein Aber über dir Okay, vorher hab ich das gejoint Das ist niemand, der uns Stören könnte, weil die waren Null neben uns Das ist gut Ich gebe dir mal das Eisen hier Mach du dir mal gleich in der Brustplatte Weil wir müssen echt jede Sekunde ausnutzen, Alter Das läuft so ultra gut gerade eben Ich habe aber echt Angst, dass jetzt noch jemand kommt Ich habe das nicht abgeboten Hast du schon ein Eisenschwert? Ja Ich mache mal eine Eisenspitze Okay, okay Aber warte mal, benutze es nicht so viel Benutze ich lieber nicht so viel Benutze erst mal lieber Steinschwert Mach das Ja, für die Ne, ich nehme mal für die Monster Eisenschwert ganz ernst Scheiß drauf Ich habe 800 FPS, was zur Hölle? Was? Ich habe 800 FPS Soll ich gucken, ob ich wirklich aufnehme? Ja, guck halt Ja Ich nehme auf Ja, ist ja davor Okay Ich brauche hier bisschen Kohle ab Wo geht's so tief runter? Warte, ich sag's dir gleich Warte, ich sag's dir gleich Okay Das ist richtig nervig mit dem Ich kann gleich ein Hose machen Warte, wo bist du? Komm mal her, komm mal her Komm mal wieder her zum Dings Ja, sofort Okay, es sind wieder Es sind so ein paar wenige drauf Ich wollte mir gerade eh ein bisschen Kohle Oh, das ist richtig gut, dass so wenige drauf sind Hast du Essen? Viel? Äh, ich habe Ne, nicht so viel Essen Oh oh Ich habe noch ein Ich habe noch ein Roar Dings Hä, was mach ich? Ich hatte 42 Die sind oben Ach stimmt Wir müssen die holen Komm mal YouTube, das ist ja deine Guck mal Paul, da hinten Da hinten geht es ziemlich tief Warte, 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 warte Wo waren die oben? Wo waren die oben vorher? Haben wir von hier nicht? Hier ist noch Eisen Von hier kommen wir auf keinen Fall Komm mal kurz bitte auf den Mobile, komm, okay? So mal kurz den Ort Jo, mach ich Ich bin mir überhaupt nicht sicher Ich bin mir überhaupt nicht sicher Ja, ja, ist egal Hauptsache Warte mal, von hier kann es noch sein, oder? Warte mal Oh mein Gott, hier geht es Warte mal Ich habe Gold Ich weiß, ich habe gesagt, dass du es dort Ich glaube, hier warst du Ja, hier warst du vorher Ja Hier ist nochmal Eisen Das ist richtig viel Gold Also wir haben schneiden Gold ab für safe Oder? Ja, wir haben eigentlich Ich bin auf die Höhe, ich bin auf die Höhe Nice Weil wir irgendwann jetzt Dias finden würden Und ich habe keinen gefunden Sehr halt, so episch Ich habe gerade noch mal den Gold gesehen Dias, Spaß Warte mal, es können echt hier Dias sein Das ist ein Enderman Power, geh weg, geh weg Wo bist du? Ich bin hier gerade weitergelaufen Ich kill den Enderman, ist gut Ich mache mich für Iron, okay? Mach halt Hat keine Enderpeller gedroppt Ich habe mir eine Hose gemacht Eine zweite Okay, warte mal, dann gebe ich dir die Da gebe ich dir die Ich habe noch keine Hose Nein, dies ist nochmal Gold Ich kraft ja auch meinen Helm, okay? Ja, mach das Okay, warte mal, ich laufe Wo bist du langgelaufen? Da, wo ich gesagt habe, dass es da viel ist Ja, da wo der Gold ist Ne, da wo Gold ist Mhm Ich kann mal Sag mal, wo bist du dann langgelaufen? Da unten Boah, du bist ja völlig weg Das ist eine Schlucht Das ist eine Schlucht hier Das ist ein Spawner Als ob Doch Ich höre Monster Ich höre Mobs Warte mal, Lukas, du die Wo bist du? Ich weiß nicht, wo du bist Ich bin hier Ich bin über dir Oh, warte Ich bin über dir Ich kann nicht sprinten Überhol ich Wir müssen, wir müssen hochgehen Paul Nein Paul Nein Paul Was ist das safety? Jetzt komm mit, Lukas Wir gehen hoch, wir müssen das Essen holen, man Da waren 42 Steaks drin Wir verhungern noch, irgendwie, Schwester Wir müssen die Steaks holen Ja, wir müssen auf jeden Fall Ich kann nicht mehr rennen, Paul Warte mal, da sind die Öfen Ja, dann lauf einfach hierher zu mir Also halt Jo, mach ich warte Oh, ich bin runterge... Oh mein Gott Ich hab sechs Herzen Ging es hier hoch? Hä, ging es hier auch Ne, ging es nicht hoch Hier, Lukas Scheiße, warte mal, werden wir nicht hoch finden? Soll ich das Essen, Paul? Warte mal, Alter, wo ging es hoch? Ah, du bist bei mir wieder leise... Ich muss die lauter stellen Kann ich jetzt kurz machen? Hä, warte, wenn die jetzt wieder lauter... Ich mach das mal ganz kurz So, jetzt bin ich Hä, von wo kamen wir, Alter? Hä, Paul, ich hab dich jetzt lauter gestellt Denkst du mal schlimm? Nein, hä, was soll daran schlimm sein? Ja, nein, man sieht halt ein Standbildschirm Hä? Hä? Ja, wie? Ja, dann ist kurz Standbildschirm Ja, das stimmt, glaub ich zumindest Ich hoffe zumindest Das war ja schon dreimal so Ja, GG sogar Na ja, dann baue ich mich jetzt kurz hoch Hä, von wo kamen wir denn? Ey, Junge, wenn wir das nicht finden, dann baue ich mich jetzt hoch Das waren 42 Steaks, Junge Die müssen den wieder bekommen Wenn die jetzt weg sind, Paul Ich baue mich jetzt hoch, komm mit, du komm Wir bauen uns weiter hoch, okay? Ja, warte, ich komm Komm ja zu mir Warte, wer ist anders? Greasy, okay, gut Wir bauen uns hier hoch Also ich baue mich hier hoch Baue dich bisschen weit weg von mir hoch Damit wir nicht Sand irgendwie unter uns abgraben Oh mein Gott, ich war so behindert Netix 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 Alter Ey, Paul Sollen wir es wirklich straight hoch bauen? Ja Ne, ne, bau lieber so ein bisschen neben dir hoch Ja, wo sind wir? Ich hab's mal kaputt von den Nasen zu gucken Meine Spitzhacke Es ist jetzt klingelt's von mir Ich kann das nicht gehen, man Ja, GG Oh, über mir ist Wasser Über mir ist Wasser Bin schon draußen Okay, hier ist Pilzbjom Das ist schon mal gut Weil da waren wir, ja? Luca, wo bist du? Einzigmal Okay Okay, bei mir ist auch Wasser Nein, Paul Oh mein Gott So, jetzt komm Wir müssen jetzt gucken, Luca Komm mal raus Wir müssen jetzt gucken, wo unser Höhleneingang war Ich hab so Angst draus Hier war der Höhleneingang Ich hab draußen so hart Schiss, Alter Hier hab ich zugebaut Hier hab ich zugebaut Komm her Hier 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 Echt? Komm jetzt her, Luca Nein, nein, das ist hier nicht Oder? Doch, hier war das Das heißt, hier war jemand Nein, 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 nein Hä? Aber wo ist das ganze Steak? Hä? Wo ist das ganze Steak, Alter? Das kann ja nicht sein Die hat jemanden mitgenommen Ich weiß nicht, ob du das hast Du das? Nein, du hast doch einen Ofen abgebaut, oder? Ja Nee, hab ich nicht Das hätte ich sehr Hä? Wo ist das ganze Steak? Das hat jemanden mitgenommen Nein, hier ist doch niemand Ja, woher willst du das denn bitte wissen? Ja, weil das vorhin zugebaut war, das Erdeding Stimmt Hä? Haben wir das vielleicht in die Seite gebaut? Hä? Wo gehst du mal runter, Luca? Zu der Höhle? Ach, keine Ahnung Da runter, doch Nein, da gehst nicht runter Hä? Hier ist mein Kraft Dann lass mal kurz Dann lass mal ein Wasserloch runtergehen Oh, scheiße Nein, ich finde nicht mein Wasserloch Ja, hä? Das muss doch da sein, oder? Da ging es doch runter Da Das geht denn? Doch, hier ging es runter Und dann hast du wahrscheinlich zugebaut Ja, doch, ich hab das zugebaut Ja, hier Ja, scheiße Ach, hier ist es Ah, nice Oh mein Gott Oh, geil, Alter Oh mein Gott, da sind wir hier runter Hier, Luca Nehmen wir erstmal das hier Ach, ich kann nicht splitten Aber wir dürfen wirklich nicht zu viel Warte, lass mal weiter runtergehen lieber wieder, okay? Wir gehen da jetzt wieder runter Pass aber auf Hier wieder runter Was hast du zugebaut? Ja, ich hab zugebaut Alter Da ist die Redstone, Alter Such mal die erst, Luca Doch, doch, es geht Wir haben noch vier Minuten, Junge Ja, ich bin wieder in die Höhle zurück, wo ich vorher war Ja, ging es doch so hart weiter? Boah 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 Warte, wo waren die vorher? Ich hab halt ziemlich viel zugebaut Ich hab halt ziemlich viel zugebaut Hier, glaub ich Hier waren wir, glaub ich Ne, doch nicht, oder? Ich weiß nicht Ne, hier war Ne, hier waren wir nicht Lukas Prägnis, wenn wir beide langlaufen Lass mal in zwei verschiedene Richtungen gehen Hier ist überall Holz Ja, das muss noch von uns gewesen sein Ach, hier waren wir doch Hier waren wir Ja, hier waren wir Und dann Warte, wo bin ich langgegangen? Achso, natürlich, hier waren wir, klar Ja Und da bin ich, hier hinten war doch das Gold Nein, 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 komm mit, komm mit Nein, hier war das Gold, hier war das Gold Hier geht's weiter, Luca Hier geht's so fucking tief runter Ich weiß Hier Okay, Leute, es tut mir leid, dass das jetzt so eine Farm-Folge ist Aber Hä, die nächsten zehn Folgen werden Farm folgen, Alter Ja, pass auf hinter dir, hinter dir Da ist, da ist ein Gegner So Da vorne ist noch ein Gold Da war ich ein Creeper Guck mal, Luca, guck mal Hier, wo ich gerade eben bin Warte, ich mach das Wasser nicht direkt an der Quelle zu, sondern nur Halt, eins, zwei Ist hier eine Mine Hast du hier Holz gebaut? Ja, nee Ja, das kann doch sein Dann, nein, das sieht nicht aus wie die Mine Ich glaub, da war hier jemand Ja, ich war da wahrscheinlich Achso, hier war mein Feuer Ja, die Skelette nimmt mich so hart Oh mein Gott, mein Inventar ist jetzt schon voll Meinst du auch? Rest in Peace Wir sind gerade eben voll weit voneinander weg Ich finde, ich bin, ich finde irgendwie Und letztes Mal war unsere Lage bei Velo auch besser Ja, nein, Junge, komm mal her, komm mal her Komm mal, komm mal da runter Was, eine Minute? Jetzt guck mal hier hin, Luca Waaas? Ich nehm alles zurück Da ist Gold Da sind Matthias Ich kann, egal, ich kann jetzt nicht ran gehen Dann geh ich nach der Runde kurz ran Ja, es wird easy gerackt Die GDS kriegen einfach tausend Mal Ja, geil Ja, Paul, da sind Hier ist ein Eye-Creeper Uh, haha Dumm Das war schon knapp Hä, unsere Aufnahmeseite ist schon wieder gleich vorbei, lol Ja, komm, wir gehen jetzt weg, Mann Komm mit Ach, Junge, Alter Jaa Das fuck's up, ey Können wir uns jetzt kurz hier ein So Okay, Paul noch hier oben Okay, Leute, noch 10 Sekunden, ne? Ich hab 19 Eisen Wir haben auf jeden Fall jetzt voll einmal gemacht, also Nächstes Mal find-fi vielleicht Dias Nächstes Mal werden wir auf jeden Fall nach Dias suchen Und, ja, Aufnahmeszeit ist vorbei Ja, und tschau, ich muss drauf, Leute Also tschau Ja, tschüss, und dann bis zum nächsten Mal Tschüss Ja, tschüss